so Leute da sind wir wieder das übliche Problem die Verbindung kackt einfach mal ab während des streams super geil war habt ihr eure Stimmen wieder zugelassen und habt ihr es kontrolliert sehr gut ansonsten kann der Mojo auch Bescheid sagen wenn jetzt irgendwas nicht passt passt klappt einer zu leise ist einer zu lautes bewerft mich hier es regnet items so was was fehlt dir noch so Dia Schwert habe ich Spitzhacke eine Heile fehlt mir noch eine komplette Heile Holz 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 wenn ich das ein bisschen Fackeln habe ich Holz ist da vorne obwohl ich Spargel eingebaut habe Feuerstein brauche ich nicht heute Inventage wieder voll Alter lass den scheiß Feuerstein da ey kau dich gleich den Knochen nehme ich gerne mit den scheiß Piss Feuerstein den kannst du in den Arsch schieben bitteschön Feuerstein in den Arsch geschoben ist glaube ich nicht so angenehm deswegen so was habt ihr vor wo gehst du denn Janik die nächste Nacht wird gepennt ich habe jetzt halt auch nur Brot ne ich habe jetzt irgendwie 64er Stack und 30er Stack Brote aber Fleisch habe ich irgendwie nicht ach das ist geil ich erinnere mich von Broten schöne Stulle so ich hoffe die Leute die gerade noch zugeschaut haben sind wieder da und dann Stream läuft wieder deine Rüstung ist weg wo ist dein Wert deine Rüstung weiß ich auch nicht habt ihr noch Sonnbrille oder Hose oder Brustpanzer von mir ich habe gar nichts denn das alles kaputt gegangen wahrscheinlich ich habe auch nichts weiter eingesammelt okay ja da wird es kaputt sein die hatte ja nicht mal viel die die Rüstung und die Lederkappe die hat dann dann diese und du in den Brüller habt ihr Leder fünf Leder brauche ich dann kann ich mir eine neue bauen ja dann geht mal fünf Leder ab oder gehen wir alles mein mir eine schöne coole Sonnenbrille wieder der Motor schreibt läuft läuft wieder sehr gut ja irgendwie stürzt das immer ab wenn man hier normal zockt alles ist okay aber beim streamen irgendwie gibt es ab und zu wieder eine Unterbrechung aber wir starten dann immer neu solange wir uns nicht verabschieden offiziell läuft das hier weiter dann kommen wir auch wieder dann brauchen wir nicht abschalten das liegt dann halt an der Serververbindung der Spargel Danzt Spargel Dance Spargel Dance alle tanzen den Spargel Dance Spargel Dance Spargel Dance alle tanzen den Spargel Dance Jetzt tanze ich den Janik Dance Janik Dance alle tanzen den Janik Dance Hast du das? Geil der Move ist so geil Janik die ganze Variation die du in den Danzen oh geil Janik Dance Janik Dance alle tanzen den Janik Dance so Leute jetzt gehen wir weiter kommen Leute jetzt muss was passieren und zwar Kühe töten Kühe töten Kühe töten Kühe töten Kühe töten Boote bauen wieder war oder willst du schon wieder zwei diesmal ich habe noch mein Boot damit du meins wieder kaputt machen kannst du dann was Boote 1 2 ich kann nicht er muss erst mal wieder Holz umkraften ich habe kaum noch Holz so ein Boot für Janik zwei Boote für Janik ich brauche keins ne der wollte ich auch eins geben was so wat na Janik willst du mit Kies hier übers Wasser oder wat mhm 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 na denn warte eben im Inventar umräumen wir fahren schon mal so wir paddeln schon mal in der Runde ich fahr schon ey 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 ja Nick ja Nick übergibt sich ich hab versucht mit Kies zu schwimmen soll ich bin auf dem Weg wollen wir mal hier ein bisschen in die Richtung wahren aber ich habe irgendwie das Gefühl dass da hinten ein Levelende ist das könnte passieren ich glaub da hinten kommt schön an der Pilzinsel ich glaub nicht dass da Levelende ist ja meistens sind die Pilzinsel ja mal am Rand weißt du deswegen obwohl guck mal da das ist keine Pilzinsel das ist die sind ja noch Berge bietet da das Berggebiet das ist gut da können wir hin fahren wir links an dem ersten Berg vorbei oder ja da hinten liegen waren am Strand das sieht auch geil aus hier ne hier kannst du auch schöne Sachen bauen ey es sieht fast aus wie hinten bei unserem Hauptdörfchen da und da hinten der Wasserfall sieht ja mal genial aus der da runter geht aber was mach ich hier krass geil ich weiß was Janik gemacht hat als er nicht ins Boot eingestiegen ist er hat sich in Twitch eingeloggt und hat sich erstmal selbst gelobt unter dem Pseudonym Janista hat er geschrieben Janik ist der beste wieso kann ich ihn nicht anhalten oh mein Boot ist schon wieder weg wo ist mein Boot da hinter dir mein Boot fährt weg schau dir das mal an ich kommst zu meinem Boot du musstest mit der Spitzhacke kaputt hauen ich hab's mit der Axt kaputt hauen aber ich komm ja nicht mal hin ich hau dir das mal kaputt so hier warte gibt's ah wiedergeben tu ich dir das hier bitteschön so der mal hoch hier den Krax den wir mal hoch den Berg hier schau wieder hin oh sieht cool aus da mit dem Wasserfall da unten ist noch Kohle mhm 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 aber so groß ist das gar nicht, sagen wir mal wie größer aus das ist wieder ne schlebende Insel ja alle schauen jetzt Dave von Kohle abernten zu schönen guten Tag liebe Zuschauer heute können sie mir zuschauen wie ich Kohle abbaue aus einem Berg mit einer mit einer Eisenspitzhacke mit einer Eisenspitzhacke au alter Spargel du das sehe ich doch nicht alter ich hab den Kohle drauf gehauen ja den Kohleblock sehe ich aus wie ein Kohleblock oder was ich suche mir gleich einen Kohleblock Skin raus alter klatsch klatsch meine schöne Lederkappe einen schönen oh hallo moin komm mal runter hier klatsch meinen Wassereimer hab ich ja den hab ich meine Beine au klatsch klatsch ich höre so klatschen hier applaus applaus gehts hier rein irgendwo dave wieso schreibst du dass du der beste bist weil ich das nicht um mir sitzen lasse dass du dich selbst lobst da muss ich mir auch selbst loben aber er hat doch gesagt er findet Janik am besten er ja Janik er ja er du bist ja auch nicht Janista hehehe hehehe nein 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 außerdem sind die Zuschauer die besten die das hier ertragen müssen aber der beste Spieler ist Janik immer nur weißt du ja ohja jeden stream hast du einmal so ein Feedback dass Janik der beste ist au das war die Rache aber die ungewollte ihr solltet euch nicht selber umbringen Spagel angefangen Mama meine Mom auch immer gesagt als ich klein war ihr sollt euch nicht selber umbringen du hast den Janik schon zweimal umgebracht was soll das das erinnert mich an jemanden der respawn wieder da wo er geboren wurde ja stell dir mal vor du bist dann wieder so ein kleiner wenn du stirbst komm ich nicht hoch oder was würde ich ihn erstmal töten erstmal wieder von Mama verwöhnen lassen 18 Jahre na ne nicht ganz 16 geil 18 nicht sogar 26 Jahre machen wir schon hehehe so jetzt sind wir hier oben und du hehehe jetzt genießen wir den Ausblick ich geh mal hier runter und jetzt wasten wir uns geiiil jungen Kürbiz gefunden kürbiz aua alter klatsch klatsch erst mal was essen bevor ich da weiter runter hüpfe ach siehste essen essen ist ne gute idee da ist ne höhle da ist ne höhle oder da ist keine höhle naja jetzt wirds eh nach dann können wir auch in ne höhle fighten ob wir nur draußen fighten oder in ne höhle da ist ne höhle da komm ich doch gerade ja ah das ist ne durchgang brauchst nicht hochkommen gut lohnt sich nicht Glück gehabt ich würde jetzt mal sagen dass wir jetzt aber pennen oder einmal das will ich auch sagen erstmal eben ein Bett noch für mich machen oder du hast ja deins mitgenommen da werden die Zuschauer traurig sein wenn ihr hier kein Survival mehr machen wollte Survival können wir am Tag machen am Tag wenn die Monster nichts bohren wenn die Monster denn keine Zeit haben können wir auch nichts mehr Survival mit Hühnchen und Schafen die sind schon richtig krass Black Sheep hä wir hatten guck mal als ob hier einer als ob hier einer was markiert hat ja ich hau mal den Baum hier ab oh mein Fernseher schaltet sich gleich wieder aus mann 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 das Fenster ein bisschen auf wenn man die Flugzeuge nicht hört ist alles gut ich baue mal den Penis hier ab du hast Penis gesagt in einem Livestream ja du hast von auch Penis gesagt oh Gott ich bin ein Skalett Skalett der Stream wird einfach so niveaulos bei uns was ist ne Hülle war der überhaupt mal irgendwie voller Niveau immer schon hier ist ne Hülle ja ich bringe äh wo hier wo ich bin ach da hier wo ich bin ja hier geht's auch rein das ist der Durchgang zu deiner Hülle wahrscheinlich moin moin tachy tach tach kohle 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 wir können natürlich wieder machen ich kann ja wir durchrennen ausleuchten und hier baut er dann hinter mir die Kohle ab können wir uns ein wir rennen einfach mit und du machst einfach alles und du auch bei dir sieht man ja alles eigentlich wollte ich dich ja verfolgen Janne kannst dich dran erinnern ah da kommen zwei Creeper auf mich zu ich werde gleich sterben hoffentlich haben beide sich hoch gesprengt zwei Stacks Diamanten noch mit in den Tod gerissen ja die Diamanten die an der Oberfläche waren ja kommt zu oft vor immer ich finde die nur an der Oberfläche die Diamanten kommen im echten auch in Dings vor oder? in so Blöcken ja ja schon immer ganz schön alles kommt dann auch hier in Blöcken vor Kohleblöcke Eisenblöcke oh fall ich ja jetzt noch ein ich bin mit Shadern und alles spielen ich hab da voll Bock drauf ich auch falls wir einen Zuschauer haben der uns sponsern möchte drei PCs Hochleistungsrechner von der NASA bitte drei Grafikkarten weil für Minecraft brauchst du einfach eine übele Auflösung das ist so krank ja ich sterb gleich wieder hier manch braucht echt viel Leistung für Minecraft ist echt krank ich muss jetzt mal nichts zu tun sein ja ich sterb gleich ist gut Spargel, dann sterb doch noch ne in dem Fall trug ich nicht nicht weil mal in einem Stream hat noch keiner bis jetzt geschaffen ne bisher noch nicht gut waren ja auch erst vier, vier Streams, oder? ne das sind die dritte, ne? ne das sind die dritte, ne? unser dritter und ich hab davor schon zwei gemacht und die Ankündigungs- oder ein? ja die zählen ja nicht die Ankündigungs- oder ein? ne die zählen ja nicht, ne die zählen ja nicht ne so wann habt ihr das eigentlich das dann aufgenommen? 23 Uhr 50, ne? irgendwann haben wir angefangen genau ich hab's mal rakt 21 oder 23? und ich natürlich die volltrottelnde Ankündigungsfolge am 29. äh februar super dass er februar und 28 Tage hat ja ja das war sehr intelligent von dir ich hab's ja überall nochmal an alle Anmerkungen und so reingeknallt das blöde ist wenn du das jetzt auf dem Playstation zum Beispiel anguckst da zeigt er dir die Anmerkungen aber nicht an das ist ein bisschen blöd ja aber dann auf dem Thumbnail steht's ja auch nochmal drauf ach wir Stöcke machen ja ich war ja gestern noch bis um 3 Uhr mit Jay am Destiny zu twiddeln ja bis um 3? mhm haben wir noch einen gefunden der dann mit dem Raid kommt es musste alles so laufen wie er gesagt hat alles das war so ein richtiger so ein Korinthenkacker das war echt schlimm also anstrengbar ist der Boy ja genau 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 da war einer dabei also mit dem war ich vorher schon im Clan und der Clan ist jetzt halt aufgelöst worden oh dieses Wasser und da hat er jetzt Dings ähm das war jetzt der eine Raid und der erste also der mittlerweile übel einfach ist und der Ander hat doch gemeint warum er nicht warum er mit der Waffe drauf schießt und nicht mit der weil mit der machst du viel mehr Schaden und hat ihn N zur Sau gemacht wegen sowas also hat er sich N reingesteigert alter das war so witzig ich hab mit Jayar die ganze Zeit ein Whatsapp nebenbei geschrieben ach wart ihr an den Party? ach doch ihr habt ihn nebenbei noch da doch doch aber über ihn gequatscht ja witzig war das schon sooo au da kam Kies aus der Decke ich glaub da ein bisschen Kies aus der Decke ich glaub da ein bisschen Kies aus der Decke na hier geht's wohl nicht mehr weiter noch einen anderen Weg suchen was machst du grad schicke Spargel? ich stecke hier rum ich hab hier auch noch eine Höhle hier geht's noch runter ne? was ist hier? mir geht's noch nach oben Dave hier geht's runter wo geht's runter? ja lass uns mal ein bisschen zusammenbleiben da wo du bist geht's runter hier ist Sackgasse hier ist aber Sackgasse ich weiß nicht und ich hab gedacht weil da ein Ding sie eben fußt wahrscheinlich war der ja weg hier das Wasser Waterwag Waterwag hier war mein Lover Lover geht's hier hinter noch weiter Mr. Lover Lover Mr. Lover 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 Mr. Bombastik Lover Lover schleichen wir uns dann sieht er uns nicht ja 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 wir gehen da oben geh da oben ist nacht hier ist glaub ich nix mehr glaubst du nicht moin hallo Herr Schwager ach Schwager du stehst nicht mehr drin niemals in mir drin stehen wenn ich eine Spitzhacke in der Hand hab er war in dir drin schmiegt sich immer so von hinten an und dann steht er mit drin da du gehst doch weiter war die überall schon? die sind überall schon ja da war ich da hinten ist nichts mehr ich muss mal grad ein bisschen Brot essen da hinten ist noch Kies mehr nicht war das hier? ihr müsst eure Ausgrabungslöcher ausleuchten sonst denke ich immer da geht's weiter ist da ausgelöchtet? ne da hab ich eben grad ne Fackel reingehauen da unten hast du gar nicht hier unten guck hier warte mal das ist das eine Ding hier? hier hatte ich sie und dann sah es aus als ob sie weitergehen dann höchst du hier rein super ich hatte mal das noch Erde oder schaufel kaputt ich brauche eine Schaufel und ich hab noch eine ich hab da eine Heide gegeben die kann noch nicht kaputt sein kann alles die war die schon überall ja ist da so viel Kies Kies, Kies, Kies Aua! nicht den Block auf dem nicht den Block auf dem man steht ne das ist nicht gut das ist sehr intelligent von mir ich bin da schon mit ein paar Mal in Lava gefallen das Leben echt? ich glaub schon ich will's einfach nicht lernen glaub ich ich bin letztes Mal von Kies erschlagen worden und dabei gestorben ja was steht dann da ist von Kies erschlagen worden da hab ich gleich drauf geachtet was leuchtet da unten wie? was leuchtet da? ne Fackel wahrscheinlich oder was? komm so ein ja ne Fackel Janik ist da unten gucken wir ob da irgendwas ist können wir gleich wieder nach oben rennen hier ist nix die sah so groß aus die Höhle alter wie tief ist er mir oben alter ist er runtergefallen ich bin hoch jetzt schaufel kaputt Dave hast du noch eine? schaufel der nimmt erstmal meine ich bau gleich eine neue für mich da unten liegt eine ist ja nicht fast kaputt ja sag ich doch die kann man sich ja noch fünfstöcke abwauen ach da kannst du ein bisschen mehr wieder bauen ich hab kein crafting table mehr hab ich die weg hab ich die da stehen lassen vor lass er wahrscheinlich stehen lassen ja arschloch ähm du arschloch dann bau ich dir auch gleich eine neue schaufel wa? wär ganz geil werf ich die jetzt schon mal runter dann kannst du mir auch noch eine bauen so jetzt ist sie verboten ok weil du es bist da liegt sie ah ne ich hab noch eine ich hab noch eine alter du nimmst die jetzt ich hab keinen platz mehr ich nehm sie schon ich hab schon ich hab schon ne ich meinst ach ich stell die oh war nur ein stock der erfahrt mich so das kann ich wegwerfen hier das von wo sind wir denn bitte gekommen eigentlich au von hier vielleicht bin ich jo von da aha ja hier ist nix alter alter was war das jetzt ist der controller gezwungen ach so genau hier waren wir runter ne da oben und hier ging es ja noch lang genau spinne spinne ich nehm die bleib zurück nicht dass du mich schlägst ja keine fackeln mehr kurz mal fucking kraften ich hab kein Holz mehr das ist sowieso nicht willst du Stöcker haben aber erstmal nicht geht jetzt gerade noch um 7 zu 7 jetzt ein halbes Deck wenn du möchtest jo nimm ich gern komm ich nochmal zurück liegen hier bei mir Alter hier geht auch noch über jetzt müssen wir eben einmal kurz in die Küche Mutti helfen helf mal Mutti so war wir da jo so 64 fackeln hä wieso hast du mir fackeln hingeworfen jetzt hat kein platz mehr für fackeln die musst du wieder aufnehmen Spargel ich hab dir keine hingeworfen mir hat ja nicht die Stöcker hat er mir gegeben aber oder habe ich zu viele gecrafted jedenfalls liegen da noch fackeln das ist was ich zu viele gemacht ich kann es nochmal einsammeln ja hab ich schon soll ich schon mal kack sasse kann ich schon mal das eisen hier raus kloppen ich hab auch kack sasse hier ich muss mir gleich jetzt mal schön Kaffee einschenken ja damit schön wach bleib nicht einschlafen hier er ist ziemlich warm gerade ja wie geht es bei dir bei deiner Heizung der Spargel seine Heizung ist kaputt und die er heizt jetzt die ganze Zeit auf volle Pulle der kann jetzt das Fenster nicht aufmachen weil man sonst die ganze Zeit die Autos hier hört ja also das Spargel ist wieder batt ich hab die Tür zu Küche ich hab die Tür zu Küche bisschen auf da geht das na dann ach geil ne Mine ne Mine Ne Mine ´mine 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 ´cmi nie an ich will an die kiste sind jetzt schon voll vier eisen drei brot okay ich gehe jetzt erstmal kurz zurück und wir machen uns jemanden lager war auch dass wir hier dass wir auch wieder respawn dass wir einmal schlafen dann dass wir hier so ein respawn punkt haben ich muss nur hier direkt an der mine ist noch besser dann kannst du stirbst direkt in der stelle ja ich nicht hier oben hier musste er kommen hier unten ich bin nur da oben gewesen weil ich ausleuchten wollte da kommen krieger übrigens kommen wir hier wo ich bin da oben oben da im gang ich sehe es gerade zurückgegangen ich weiß nicht wo der hin wird kommt von der anderen seite diesen clever idioten ich gehe immer töten war dabei sterben ich höre nur die ganze zeit dieses scheiß spinnen da ist der creeper wir haben eine mine janik wir bauen uns jetzt hier ein basis lager wo wir auch schlafen damit wir hier respawn ach da oben ausleuchten muss ja eine ganz glätt so wenn ich irgendwas zum lager beitragen kannst du mal kisten bauen weil ich kein holz mehr hab ich hab auch kein holz aber ich kann holz sammeln gehen hast du holz spargel du musst das am 1 alles eingesammelt haben ich hatte genug ich stelle mal kraft den table auf hier ist direkt eine kiste können wir öfen hier ausstellen können so ein ganzes zeug einmal braten dann mache ich mal öfen fertig wie viele kisten soll ich dann bauen 4000 also zwei doppelkisten würde ich sagen 2000 ich befülle die öfen mit kohle das ist schon in der mine janik oder was ja kann ich abwarten hey janik wartet auch ein bisschen holz geholt ich habe noch ein stückchen rübergebracht da einer hier neben war das ist egal wo sie steht nein da können die betten hier kann die hin und hier können die betten machen die fangen sind noch das lager nicht wieder wenn wir verrecken weiß dass wir wenigstens geschlafen haben das wie wir reden stehen sie herr janik wir haben die die mitte freigelassen ist keine schlafen zeit ich habe meinen eisernen ofen und gold und fleisch und dass ich nichts nicht rankommen ich habe ich habe kein koppel zu mir ich hatte auch noch mehr ich habe noch koppel alter leute das ist los hier verträgt euch so auf nur jetzt das wort mit dir reden spargel hier steckt dir eine fackel in der nase immer deine sonnenbrille ab so cool bist du gar nicht mega fritzen man die ganze zeit ich klicke den ofen an und schmeißt er was rein ja sorry ich habe die müssen gebaut ich habe meine kohle da rein investiert also zack da wie auch entscheiden in welchen ofen welches material reinkommt entspannt euch muss ich jetzt jeder seine eigenen öfen bauen hier oder was janik du hast ja gar kein bett ne ich baue die mainz aber ich brauche dreimal holz dafür hat einer 3 ich hab acht holz gib mir die wolle ok ich gebe die wolle wieso habe ich den scheiß jetzt eingesammelt oder ne ich doch nicht schon muss ein klub anschluss werden hier schön zum bieb tot ich mach mein inventar gleich mal leer erde weg weiß wurde weg liegen wie sagt es ist auch noch mal eine kiste hier weil ich die da hinten abgebaut hab und da kann ich meinen ganzen scheiß rein pack aus mal rein was wir jetzt nicht brauchen hier sind noch 30 boden ich brauche nur 1 64 gesteckt das reicht aus nicht so viel mit schlafen schere brauche ich jetzt auch nicht wasser nämlich mal lieber mit wir wollen wir das gleich dort machen wollen wir zusammenbleiben oder wollen wir einzelne kunden ich würde zusammen bleiben uns wird man gar nichts mehr weil auch die höhlenspielen und so ne ja ich habe mein zeug da reingepackt was ich gerade nicht brauche schienen die schien will ich ja gar nicht mitnehmen doch ich geh mal hier rein der kümmert sich um die monster zu